Was sind Knochenläsionen? Knochenläsionen sind eine Art Abnormalität in der Struktur und im Wachstum eines Knochens. Während Knochenläsionen an jedem Knochen im Körper auftreten können, treten sie üblicherweise in den langen Knochen auf, insbesondere in den Beinen und Armen. Diese können jeden in jedem Alter betreffen, aber die Inzidenz ist normalerweise bei Kindern und jungen Erwachsenen höher. Sie können entweder gutartige, nicht krebsartige Wucherungen oder krebsartige Tumoren sein, die dazu neigen, zu wachsen und sich auszubreiten. Mehrere Faktoren können zur Entwicklung von Knochenläsionen führen. Dazu gehören Infektionen, Wachstumsschwankungen, Überbeanspruchung der Knochen und Knochenverletzungen. Das Wachstum von Knochentumoren und Knochenzysten kann ebenfalls zu diesen Läsionen führen. Sie können klein oder groß sein und befinden sich häufig auf der Knochenoberfläche. Einige können in einen Knochen eingebettet sein. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Läsionen immer krebsartig sind. Ein Großteil dieser Läsionen ist gutartig und verursacht normalerweise keine Symptome. Die gutartigen Läsionen sind häufig in den Knochen der Wirbelsäule, des Beckens, des Oberschenkels und des Arms zu finden. Es gibt einige gutartige Läsionen, die als passive Läsionen beginnen können, sich jedoch fortsetzen, um schließlich den betroffenen Knochen zu zerstören. Zwei der häufigsten Formen von Knochenkrebs, die sich auf die wachsenden Knochen von Kindern und Jugendlichen auswirken, sind Osteosarkom und Juwingsarkom. Beide sind häufig in den langen Knochen zu sehen und manifestieren sich oft als Schwellung und Schmerz. Sie neigen auch dazu, sich in anderen Organen des Körpers, wie der Lungen und anderen Knochen, auszubreiten. Osteosarkom kann mit anderen Erbkrebssyndromen assoziiert sein, Juwingsarkom häufig nicht. Orthopäden Auf Knochenkrankheiten spezialisierte Ärzte diagnostizieren Knochenläsionen in der Regel mithilfe von Röntgenstrahlen. Bilder aus diesem Test zeigen oft das Muster der Zerstörung in den Knochen sowie deren Größe, Form und genaue Position. Sie können auch die Wachstumsrate dieser Läsionen nachweisen und feststellen, ob es sich um eine langsam oder schnell wachsende handelt. Abgesehen von diesem diagnostischen Instrument verwendet die Orthopädie auch andere diagnostische Verfahren, einschließlich Computertomographie, Magnetresonant-Tomographie und Isotopenknochenskans. Die Behandlung von Knochenläsionen hängt häufig von ihrer Diagnose ab. Knochenkrebs wird normalerweise mit Chemotherapie, Bestrahlung oder einer Kombination aus beiden Verfahren behandelt. Es gibt einige gutartige Läsionen, die überhaupt keine Behandlung erfordern. Die Operation gilt als häufigste Behandlungsoption für größere Läsionen sowie für solche, die die betroffenen Knochen aggressiv entwickelt und zerstört haben.